Auf wackeligen Beinen soll man mit ihnen den ganzen Körper trainieren können. Balanceboards oder Wackelbretter. Sogar nach Krankheit und nach Verletzungen werden sie eingesetzt, sagt der Physiotherapeut Rainer Jönk. Studien aus Leipzig und Tübingen sprechen für den Therapieerfolg. Gezielt könnte man die wirklich einsetzen, wenn man die Leute in die Aufrichtung bringt. Ob das jetzt im Knie ist oder auch diese Beckenkippe, die meisten stehen im Hohlkreuz, weil sie keine Muskulatur aufgebaut haben. Alleine dieses Versuchen unter dem Aufrichten nach Beckenkippe nach oben zu kommen, damit habe ich schon viel gewonnen. Durch falsches Schuhwerk im Alltag wird die Fußmuskulatur nicht mehr beansprucht. Gleichgewichtstraining wirkt dem entgegensagt, der Fitnesstrainer Marvin Schneider. Er ist Experte für präventives Gesundheitstraining vom Balance Fitness Club in Kassel. Für den Alltag, für den Sport, für das Thema Prävention, für das Thema Rehabilitation geeignet. Es ist für jeden sinnvoll. Wir haben einfach das Problem in der Gesellschaft. Wir haben die wenigsten Leute, die tatsächlich wirklich noch über Unebenheiten laufen. Wir haben teilweise die Fälle, dass man denkt, man trifft noch eine Stufe oder der Boden ist schon da, man tritt ins Leere und es fliegen irgendwie Kreuzbänder auseinander. Also wir haben wirklich da mannigfaltige Probleme, wo natürlich auf dieser koordinativen Basis viel gemacht werden muss. Von Anfänger bis Profi soll jeder von den Backelbrettern profitieren. Wir stellen drei vor, mit denen jeder zu Hause alleine trainieren kann. In der Preisspanne von 20 bis 55 Euro. Gemeinsam mit dem Fitness-Profi testet der Handballer Luis Badenheuer. Er selbst ist schon beim Sport umgeknickt, möchte weiteren Verletzungen vorbeugen mit Balance Sports. Den Anfang macht der Therapie-Kreisel. Er ist für Einsteiger gedacht. Unser Modell kostet 30 Euro. Was du jetzt natürlich hast, du hast jetzt eben den starren Untergrund. Das heißt, der Fuß steht jetzt relativ stabil. Was du jetzt siehst, du hast relativ viel Arbeit jetzt in den Sprunggelenken. Ja, absolut. Genau. Beispielsweise jetzt auch nochmal ein Thema, wenn wir jetzt über Fußfehlstellung reden, könntest du jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr auf die Außenkante zu gehen. Genau. Und somit siehst du jetzt beispielsweise auch, dass sich die Knieachse ein bisschen korrigiert. Ja, ich merke das schon, wie ich in alle Richtungen ausgleichen muss. Ja, genau. Wir haben hier die Möglichkeit, mit Leuten, die teilweise schwere Verletzungen hatten, zu arbeiten. Wir können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden arbeiten. Wir können das auf die Leute wirklich anpassen. Und somit können wir da wirklich mit teilweise wirklich sehr wenig, in dem Fall auch Geräteaufwand, wirklich unfassbare Trainingserfolge erzielen. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht schon mal Rückenprobleme hatte. So, und um Rückenprobleme auszugleichen, diese Disbalancen im Rücken auszugleichen, dafür sind die gut. Weiter geht's mit dem Balance-Pad für Einsteiger und Profis zu kaufen für rund 20 Euro. Durch diese Instabilität, dass wir eine deutlich größere Umfassung der Muskulatur jetzt hier drin haben. Wenn du jetzt zum Beispiel noch mal runtergehst, merkst du jetzt auch eben, dass das Fußgewirbel viel mitarbeitet. Und die Arbeit in den Gelenken drin, deine Wadenmuskulatur muss ausgleichen. Genauso wie der Oberkörper muss halt gerade stehen. Also wir haben jetzt hier eine, jetzt keine Ganzkörper irgendwo im eigentlichen Sinn, aber der Gesamtbekörper muss natürlich in die Übung mit eingefallen werden. Ja, ich merke es auch überall tatsächlich. Viele Vorerkrankungen, um eine nur zu nennen, ist diese Schlaganfälle. Die haben dann ja nicht diese Ansteuerung mehr. Da ist ein bestimmter Gehirnregion ausgefallen. Und diese Gehirnregion muss wieder neu verschaltet werden, damit diese Ansteuerung wieder passiert. Und das kann ich über diese Pads zum Beispiel erreichen. Das nächste Balanceboard erinnert ans Surfen. Mit ihm trainiert man auf mittlerer Schwierigkeitsstufe. Durch komplexere Übungen kann es zum Profigerät werden. Unser Balanceboard mit Rolle gibt es für etwa 55 Euro. Ungeübte sollten sich einen Stuhl oder die Wand zu Hilfe nehmen. Jetzt versuchst du, gegen diese Störbewegung zu arbeiten. Das sieht sehr gut aus. Was man natürlich sehr gut merkt, du hast den ganzen Körper jetzt in der Beanspruchung. Also hier kannst du jetzt nicht sagen, die Beine musst du nur benutzen. Gerade mit der Rumpfmuskulatur musst du super viel ausgleichen. Viel Muskulatur, die man sonst gar nicht so spürt. Alleine durch diese seitlichen Bewegungen, aber auch im Oberkörper. Die Arme, die dann immer nach rechts und links auch zum Ausgleich mit beitragen müssen. In unserem Test schneidet das blaue Pet am besten ab, weil dieses für jeden problemlos nutzbar ist. Prinzipiell sollte beim Kauf eines Wackelbrettes auf Qualität, das eigene Fitnesslevel und die Sicherheit, also ein rutschfester Untergrund geachtet werden. So kommt der Körper sportlich ins Gleichgewicht.